Ich weiß, dass mir nichts angehört, als der Gedanke, der ungestört, aus meiner Seele will fließen, und jeder günstige Augenblick, der mich ein liebendes Geschick von Grund aus lässt genießen. Ich weiß, dass ich das Gefühl habe. Das ist eine der Menschheit aus dem Kopf, mit einem Schleunzenonicen Wissen, dass es alles in dir wie in mir gab. Wenn ich so etwas aus dem Kopf habe, dann gibt es diese Erinnerung. Das ist die Erinnerung, der überwanderung des Erinnerung. Untertitelung des ZDF, 2020